Das Gerangel um das Gebäudeenergiegesetz hat die Nachrichtenlage bestimmt. Ende März hat sich die Koalition geeinigt, mit teilweise sehr vagen Formulierungen. Neu im März war auch eine VDI-Norm zur Planung von Wärmepumpen. Diese und weitere News stellen wir euch in diesem Video vor. Platz 1 – Das neue Gebäudeenergiegesetz 2024 Der Ampel-Koalitionsausschuss hat sich geeinigt. Allerdings ist der Ergebnistext zum Streit um das neue Gebäudeenergiegesetz nur vage formuliert. Christian Lindner sprach bei der Pressekonferenz jedoch über Technologieoffenheit und H2-Ready-Heizungen zur 65% Pflichterfüllung. Am späten Abend des 28. März 2023 hat sich der Ampel-Koalitionsausschuss auf ein 16-seitiges Ergebnispapier mit dem Titel Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung geeinigt. Auffällig ist, dass die Formulierungen sehr vage sind. Dies könnte zum einen dem geschuldet sein, dass man innerhalb des Ausschusses nicht zu kleinteilig und zu langwierig diskutieren wollte. Und zum anderen dürfte es wohl an Einigkeit und Sachverstand gefehlt haben, um konkrete Lösungen zur technischen Umsetzung des 65% Ziels ins Ergebnispapier zu schreiben, sagt Fachexperte Jürgen Wendnagel. Im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz am späten Abend wurde Bundesfinanzminister Christian Lindner allerdings etwas konkreter. Er sprach davon, dass es unter dem Gedanken der Technologiefreiheit beim Gebäude-Energie-Gesetzentwurf noch Anpassungen geben werde. Mit Blick auf einen technologieoffenen Ansatz soll es eine Reihe von Erfüllungsoptionen geben, zudem auch der Betrieb von Heizungen mit grünem oder blauem Wasserstoff und Biomasse zähle. Den Link zum ausführlichen Artikel findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Was denkt ihr zu dem neuen Beschluss? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Platz 2 Welche Heizung darf ab 2024 in mein Haus? Ab 2024 sollen neue Heizungen mit 65% erneuerbaren Energien wie Wärmepumpen, Biomasseheizungen oder Fernwärme betrieben werden. Das sehen Planungen der Bundesregierung vor. Die Verbraucherzentrale erhält derzeit viele Anfragen verunsicherter Hausbesitzer, die ihre Heizung vorher schnell noch austauschen wollen. Wenn kein akuter Handlungsbedarf besteht, sollte man die endgültige Fassung des Gebäudeenergiegesetzes abwarten, so der Rat von Hans Weinreuther, Fachbereichsleiter Energie und Bauen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Je nach Alter der Heizung gibt es verschiedene Handlungsoptionen. Wichtig ist in jedem Fall, Fördermöglichkeiten und deren Voraussetzungen zu prüfen und vor einer übereilten Entscheidung eine oder mehrere Energieberatungsmöglichkeiten zu nutzen, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale oder einem freien Energieberater, der einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellt und bei den Förderanträgen unterstützt. Die Verbraucherzentrale unterscheidet bei Einfamilienhäusern drei Konstellationen. Die vorhandene Heizung ist jünger als 10 Jahre. Die Heizungsanlage ist älter als 10 Jahre. Die Heizung ist ca. 20 Jahre alt oder älter. Die ausführlichen Empfehlungen findet Ihr in unserem Artikel, den wir unter diesem Video verlinkt haben. Platz 3 – Nullsteuer auf PV-Anlagen Seit dem 1. Januar 2023 gilt für die Lieferung und Installation bestimmter Photovoltaikanlagen an den Anlagenbetreiber ein Nullsteuersatz. Dieser wurde über das Jahressteuergesetz 2022 in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen. Der Anwendungsbereich umfasst Solarmodule, einschließlich der für den Betrieb einer PV-Anlage wesentlichen Komponenten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern. Was genau unter den Begriff wesentliche Komponenten fällt, war allerdings bislang nicht klar definiert und führte in der Branche zu großer Unsicherheit. Hier hat jetzt ein an die obersten Finanzbehörden der Länder adressiertes Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen für Klarheit gesorgt. Das Schreiben vom 27. Februar legt dar, wie die Finanzämter die neuen Regelungen auszulegen und anzuwenden haben und bestätigt in vielen Punkten die Sichtweise der e-handwerklichen Organisation. Platz 4 Neue VDI 4645 zur Planung von Wärmepumpen Zum 1. April 2023 ist eine aktualisierte Fassung der technischen Regel VDI 4645 erschienen. Die überarbeitete Richtlinie behandelt die für die Planung von Wärmepumpenanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern erforderlichen Schritte von der Voruntersuchung und Konzepterstellung bis zur Detailplanung. Ziel ist die Vermeidung von Fehlfunktionen, Betriebsstörungen oder Schäden an Wärmepumpenanlagen sowie die Optimierung solcher Anlagen. Enthalten sind weiterhin Hinweise zu empfohlenen hydraulischen Schaltungen, zur Dimensionierung von Anlagenkomponenten, zur Dokumentation, zur Inbetriebnahme der Anlage und Unterweisung des Betreibers und auch zu Kostenbetrachtungen. Im Anhang der Richtlinie sind Checklisten und Beispiele zur Unterstützung der Vorgehensweise bei der Planung enthalten. Auch das sinnvolle Zusammenwirken mit anderen Anlagenbauteilen wie weiteren Wärmeerzeugern, Wärmespeicherung, Verteilung und Übergabe wird betrachtet. Platz 5 BEG-Anpassungen So werden Wärmepumpen 2023 gefördert. Seit dem 1. Januar gelten für den Einbau umweltschonender Heizungssysteme neue Förderrichtlinien. Nachdem das Bundesklimaschutzministerium im Oktober bereits Richtlinienentwürfe vorgelegt hatte, sind am 30. Dezember nun die final abgestimmten Reformen der Bundesförderung effiziente Gebäude vorgestellt worden, die zum 1. Januar 2023 in Kraft traten. Dabei lautet die wichtigste Nachricht aus Sicht des Bundesverbands Wärmepumpe, die Förderung für Wärmepumpen bleibt im Großen und Ganzen stabil erhalten. Weiterhin sind Fördersätze bis zu 40% möglich. Viele Neuerungen betreffen schwerpunktmäßig die BEG-Einzelmaßnahmen. Einzelne Neuerungen sind aber auch für die systemischen Sanierungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden relevant. Zum Beispiel werden zusätzliche Boni für die Sanierung von besonders ineffizienten Gebäuden ausgeschüttet. Für den Gebäudeneubau wird in der BEG zunächst die Förderung von Effizienzhäusern fortgeführt, die dann voraussichtlich im März durch eine neue Bauförderung des Bundesbauministeriums abgelöst wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017